Echt jetzt? Ich backe jetzt. Ohne Scheiß. Hässlere Blätter. Hässlerer Stein. Möchtest du mich verarschen? Äh. Sag jetzt nicht, ich komme nicht auf den Scheißblock. Äh. Schau mal. Mich backe jetzt auf die Gegend. Shit. Nee, in dem Gelände ist ich ja noch nicht. Yo. Leute. Ja, willkommen zu dem Projekt. Dem kleinen hier. Ja, dem kleinen Projekt hier. Denn wir spielen heute eine Runde Pain-Pole-Mod-Action mit dem Bravo-LP. Pain-Pole. Und wir haben uns gedacht, wieso sollten wir uns so eine scheiß Instabase craften, wenn wir uns cheaten können. Und weil wir die ja sowieso finden. Und das Stack-Fleisch haben wir gleich da dazu da, weil es eigentlich nichts bringt, weil da unten genug Fleisch ist. Wie man jetzt gerade sieht. Und wie man sieht, ich habe den Shader drin, wo es hier ein bisschen lag, den werde ich jetzt hier mal ausmachen. Zum, weil da darf es nicht lagern hier. Da wäre es gut, wenn ich den Aus habe. Und ich würde sagen, wir fangen direkt an. Ganz schön weg. Ja, ich gehe auch gerade weg. Und wir machen nur vielleicht fünf Minuten Friedensphase. Drei Leben hat jeder. Äh, mein Ton ist ziemlich laut. Nee, nicht mal. Oder doch? Ich pfleg's nicht. Auf jeden Fall, ich glaube, ich habe eine Idee, wo wir unsere Base schon einrichten werden. Jo, und wie ihr seht, keine Facecam. Das hat nämlich einen folgenden fetten... Da, Fock. Nee, nicht. Grafikeinstellung, Musik und Geräusche. Ah, ich weiß, wieso es so laut ist. Bam. Ich kann auch mal ein wenig lauter machen. Ich habe leiser gemacht. Ich habe auf 100 gemacht. Aber ich weiß nicht, warum. Das ist ja auch so leise. Ah, jetzt geht's. Jetzt ist es ultra laut. Im Pegel haben wir ein wenig hochgeschalten. So, auf jeden Fall alles nutzen hier. Ja, und falls ihr euch jetzt wundert, warum haben wir das Zeug jetzt schon? Ihr habt es ja schon gesagt, aber... Ähm, das hat noch einen vollenden Grund. Wir haben gerade eben nochmal aufgenommen. Aber bei mir hat es total abgeschissen. Total. Wir haben fünf Folgen aufgenommen. Er hat gewonnen. Aber... eiskalt von hinten. Ja, auf jeden Fall. Werner, hast du Sachen eigentlich schon gelöscht, sonst könntest du den Kill eigentlich noch dahinter schneiden. Müssten in einem Papierkorb liegen. Ja, das kann er dann vielleicht noch hinten dran schneiden. Ihr könnt ja alle Kills, wie er mich gekillt hat und... Ja. Mein Kill war auch gigantisch, Alter. Ich mit der Rifle... Ja, voll mit der Rifle. Ich versuch's hinten dran zu rendern an die zwei Folgen, wo wir jetzt spielen. Mhm. Ich versuch's, wenn ich's nicht schaff, schaff ich's nicht. Aber ja, ich werd's schaff. Ja, ich helfe dir dabei immer noch. Ähm, ja. Und... Wenn ich da runter fliege, bin ich tot. 25 Minuten ist Friesenphase. Nicht mehr, oder? Weil jetzt haben wir ja schon die ganzen Sachen. Ich würd's sagen, von Beginn an Action. Ja, ja. So. Ich wär oben. Der Baum hier muss... Leider mein Kopf kürzer gemacht werden. Jo. Und deswegen keine Facecam, weil's die letzte Folge mit Action-Dämmersen abgekackt hat. So. Und ja, deswegen keine Action-Folge mit Facecam. Und das wird auch so bleiben, denn ich nehm jetzt mit Dicks-Torby wieder auf... Darf ich mir drei Eisen cheaten? Nein. Scheiße. Wieso, was wirst du machen? Nein, McRawton. Ja, dann musst du's ja farmen. Boah, ich schaff ich nicht. Du Farmer. Ja, du hast ja auch ein Problem, da runterzukommen und hoch, also. Wieso, ich hab ja sch... Ei, du bist ja da. Sehr interessant. Gleich gegenüber von mir. Aber meine Base kann ich noch nicht setzen. Noob. Denn ich brauche... Spielzack. Also von Beginn an Pause, oder? Äh, Attacke. Würde ich sagen. Alter, es wird direkt dunkel. Wir sind hier grad schön gegenüber, das heißt, wir können uns perfekt jetzt schon wegsnipern. Oh, du hast noch keine Sniper. Seid ihr da nicht so sicher? Seid ihr da nicht so sicher, Freundchen? So, dann bau dir das da auf. Das da. Und dann noch... Mully. Auch immer gut. Ich weiß, das ist sinnlos, was ich grad mach. Bei mir, da kann man sowieso drauf jumpen. Aber ich liebe es, wenn ich schwäbe. Pfff. Schlau. Wie groß ist noch mal ne Base? Sieh mal sieben Blöcke. Schatz. Ey. Zu schnell. Wir haben gesagt, fünf Minuten Friedensphase. Ist erst ne halbe Minute. Was? Ja, noch halbe... Haben wir das gesagt? Noch ne halbe Minute ist... Alter. Haben wir das wirklich gesagt? Ja. Da hab ich was verpasst. Da gibt's keinen Strafpunkt. Da hab ich was verpasst. Alter. Wenn ihr jetzt drauf geht, bist du schuld. Das klappt. Ich bin schon wei... LOL. Ja, okay, komm. Cheat dich zur deiner Base. Und Bett wäre es vielleicht auch gut. Ja, das wär gut. Dann cheat ich mal grad nur ein Eimer. Nein, einmal nicht cheaten. Ja, komm, Bett dürfen wir uns jetzt noch cheaten, weil das ist schnervig. Was wofür ich denn grad? Das ist schnervig, wenn wir uns da dann die ganze Zeit... So scheiß Skelett. Du hast mich getötet. Nein, ich hab grad elf Erde weggeworfen. Warte mal, das kommt wieder weg. So. Elf Erde. Einser, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Jetzt nehmen wir den G-Mod Null und es geht wieder weiter. Alter. Was? Einser, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Willst du mich verarschen? Sechs. Wo ist meine Insta-Base? Neun, zehn, elf. Echt jetzt, das Skelett hat mir meine Insta-Base geklaut. Hahaha. So, ich wär wieder bereit. Ähm, Wettbank aufbauen. So. So, du schlägst die gleich runter. Also, dann haben wir die Kiste auch noch fertig. Insta-Base, Insta-Base. Und wie lange ist noch Friedensphase? Ich wär nämlich bereit. Ich bin noch im G-Mod. Ach, du Scheiße. Aber jetzt aber hier mal Zeit. Ja, super, wenn du mich killst. Ja, ich hab das nicht gehört, dass du gesagt hast. Hm. C-4. Interessant. Ähm. Grenators. Ich tue die Scheiße nicht. Ich tue die Scheiße nicht. Ich tue die Scheiße nicht. Wie lange ist eigentlich jetzt noch Friedensphase? Sie dürfte gleich rum sein. Dann wird gesnipert. LOL. Mit der Sniper kann man ultra nah anvisieren. Das weißt du aber nicht, wie es geht. Mit SDRG. Leck mich. Äh. Du kannst doch die Base nicht setzen. Das ist ein, zwei, drei. Das sind sieben. Mal. Sieben Glöcke. Voll in die Fresse. Hä? Wieso geht das nicht? Wo soll ich das wissen? Ich glaube, das wäre besser, wenn ich jetzt... Komm. Zack. Gesetz ist gesetzt. Zack. C4 habe ich auch noch. Alter, wo soll ich das legen? Ah, da hat er ja seine Base. Geh pennen lieber mal. Ah ja, dass wir unser Spawn haben. Geh ich jetzt auch mal pennen. Man kann ja außerdem die Base setzen, wo man will. Auch in die Luft. Ja, schon klar. Ist mir nämlich gerade aufgefallen. So, jetzt habe ich wieder Mully. So, das brauche ich alles gerade nicht. Deshalb brauche ich das nicht. Das auch nicht. Eigentlich brauche ich... Die Fahne kann ich eigentlich hinsetzen. Das ist eigentlich scheißegal. Hier. Team Grün. Warum nicht, dass Team Grün bin, hat eine folgendein Grund. Meine Little Farbe ist grün. So. Jetzt habe ich was verraten. Oh nein. So. Teilen wir für drei Rationen ein. Das ist, weil ich ja drei besterben werde. So. Jetzt brauche ich wohl noch eine Rüstung. Und warte. Hm. Jetzt spielen wir noch auf Extrem und die Friedensphase ist vorbei. Extrem. Warte mal, was passiert eigentlich, wenn ich auf Extrem spiele? Minecraft ist crashed. Nee, nicht mal. Lol, du schwebst bei mir. Ich habe gar keine Munni. Lol, bei mir leckt's. Ich weiß nicht, wie in welcher Fern es leckt, aber es leckt. Ich kann nämlich nicht schießen. Ich hoffe nicht. Hä? Ich wette gleich, wenn es haut uns von der LAN-Welt hier raus. Stimmt sogar. Jetzt habt ihr alle meine Server gesehen. Das muss ich sofort cutten. Scherz. Server. Äh, ja, das sind ja eh nur. Nein, die Server-IP. Haben sie jetzt gerade gesehen. Von dem Server? Nein, von unserem Server. Von welchem Server? Von 4TB-Slide. Den hast du bein. Hä, lol. Äh, gell, du stehst noch im Spiel. Schreit mir auf die Kugel. Ich komme nirgends wenig drauf. Ich gehe schon zurück zum Hauptmenü. Und jetzt crashed. Ich bin drauf. Junge. Ja, wir machen einen kleinen Cut, oder? Ja, du bist gleich. Keine Rückmeldung. Äh, ich glaube, das läuft noch. Hm, der auf. Und hier sind wir wieder nach deinem Paintball-Battle und ich schieße ihn zuvor ab. Und Headshot. Warte, 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 warte. Ich bin noch F5. Äh, lol, du schießest meine Flagge. Ich kann mich nicht. Alter, ich muss Shader rausmachen, weil er lenkt. Und sofort die nächste Munition farmen wir. Hab dich erwischt? Ja. Yeah. What the? Und der erste Kill geht an Raphael P. What? Alter. Ich bin so schlecht. Ich soll aber schnell anziehen. So, ähm. Alter. Hä? Du hast ihn. Was ist das? Was ist das? Äh, äh. Was? Ich bin fast tot. Echt jetzt? Nein, bin ich nicht. Alter. Du meinst. Du meinst. Hä? Ja. Ja. Nur der Heinkirr, dann ist er weg. Dann hat er verloren. Hä, aber das geht dann ultra kurz. Das ist dann ultra kurz, das Battle. Moment mal, wie geht es eigentlich, wenn die Granate auf dem Dach liegt und ich stehe darunter. Oh, mir fehlt irgendwie meine Hose. Beste. Ihr Granaten könnt durchziehen. Wie viele Granaten hast du eigentlich? Die laden halt schon Ultra-Power hoch. Hä, meine Hose ist weg. Ich muss Hose holen. Meine Hose liegt draußen. Oh Mann. So, so, so. Ich muss Hose holen. Meine Rife fliegt die ganze Zeit vom Dach. Hm. Fail. Beim Elex grad. Oh mann, oh mann, oh mann, oh mann, oh mann. Der Dritte Kill, der kann lange dauern, glaube ich. Ja, am Anfang... Ich halte noch so eine Sache. Jetzt weiß ich, vor was ich Acht geben muss. Alter, ich glaube auch ein Granat wäre. Hä, meine Granaten fliegen nicht so weit. Ich bin über dir. What? Ja. Fail it to log in. Boah. Lol, wo ist meine Rifle hin? Ah, hab sie. So. Hä, eigentlich sind wir... Was? Eigentlich sind wir ja noch wohl weit weg. Ach, was? Was? Granate fliegt! Und sie trifft nicht. T4 bringt sich hier nichts. Du stehst in deiner Base, ich meine ohne. Mir passiert nichts. Aua! So. Echt jetzt? Echt jetzt? La 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 la. Ich weiß eh. What? Alter, was lag das jetzt bei mir? What? Was? Du hast 6 FPS. Alter. Ausnutzen. 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 Ja, sofort ausnutzen hier. Das regt mich auf. Lecks sind scheiße. Was geht mit der Schiff? 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 Action. So. So. Und die Kills vom vorherigen Battle werde ich, ja, wie gehört, schon ans Schlussende handeln. Wahrscheinlich. Ey. Was war das? Die Granaten schaffen es nicht. Bei mir leckt es immer so, wenn du die Granaten wirfst. Ja, hier schätze. Bei mir leckt es dermaßen. Ich muss hier raus. So. Jetzt, was kann ich denn hier machen? Nein. Medikids alle wegwerfen. Hm? Alle Medikids wegwerfen. Schon scheiße? Alter, viel, viel zu viel Ballereien auch. Ey. Ja. Hallo. Oh, das habe ich auch. Besuch. What? Ah, da fliegen seine Granaten? Warte mal, wenn Granaten durch die Wände gehen, hab ich ne Idee, ne sachte Idee, aber ohne Scheiß, das lag bei mir voll, ich glaub ich muss Minecraft neu starten, also von 100 FPS auf 14 ist ziemlich wenig, was soll ich denn machen, ouch, jetzt kommt er, jetzt kommt er, hier ein bisschen Action machen hier, ich hab nur noch ein Leben, das ist ein bisschen verrückt, jetzt wird er übermütig hier, aber warte mal, ich geh, bevor ich losge, geh erst noch pennen, sonst wird's zu knapp, Alter, 16 Minuten, schwann, echt jetzt, weiß nicht, wie ich da hochkommen soll, und dann, du, Alter, alter, das ist leck, mit 17 FPS, ein Spiel, Spiel spielen ist ganz schön scheiße, bist du bereit zum pennen? Klar. Ich lieg. Oh man, na, solange du nicht kommst, geh ich mal rein saufen, alter Scheiße, ich sag die ganze Scheiße. ich wette, jetzt geh ich drauf. Wieso? Keine Ahnung. Ja. Ui. Flan Swat Battle. Alter, das ist bestimmt auch noch ultra cool. Oder auch nicht. Ich weiß schon, wie ich dann nach Hause komm. Das geht zwar, das geht sogar ganz einfach. Stirb. Ja, geh drauf. Wenn ich zu Hause. Alter, der wirft ja seine ganze Scheiße runter. So. Schon ein bisschen also zahlen. Nee. Echt jetzt? Ich backel. Ohne Scheiß. Hässere Blätter. Hässere Stein. Möchtest du mich verarschen? Äh. Sag jetzt nicht, ich komm nicht auf den Scheißblock. Äh. Schau mal. Haha. Mich packst du jetzt auf die Gegend. Ich schieße jetzt. Nee, Ende im Gelände ist hier noch nicht. Jetzt springen hier auch noch runter. Halt, 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 halt. Man muss von einer gewissen Seite hingehen. Wie jetzt? Man kann nicht von jeder Seite auf den Berg freuen. Ja, schon klar. Das ist mir so lange auch schon klar. Aber auf jeden Fall haben Lara einmal. Cheater. Ey, was? Ich habe ihn mir gecraftet. Mein Ton ist ja gerade ziemlich laut. Buggy, buggy, buggy. Alter. Ich stand nebenan, gell? Echt? Ja. Ich bin weeg. Manu. Na gut, ein Leben hast du noch. Ich bin so scheiße, dass dein Granatwerfer hier rüberkommt und meiner nicht. Voll gaga. Was war das? Mal schauen, was du dabei hattest. Alter, ich habe dich einfach so weggeflext. Mhm. Bei den Testrunden, da war es ganz anders. Ich weiß nicht. Ich hatte einen Steckessen dabei. Ich habe kein Essen mehr. Ey, jetzt ist aber irgendwie scheiße. Cheats doch. Bevor ich komme. Jetzt auf einmal gehst du so in die Luft. Granate. Wie bist du auf den Berg gekommen? Bist du eh nicht hochgecheatet. Wieso sollte ich? Alter, ich habe dich einfach so weggeflext gerade. Ja, schon klar. 13... 23 Minuten. Echt jetzt. So schnell gegangen das. Ich habe dich noch nicht einmal erwischt. Wettkletter taucht auf. Hey, hey, hey. Jump. Come on, no. Ich wäre fast draufgegangen. Äh. Es ist ruhig. Zu ruhig. Snipe-däume ich jetzt schon wieder, oder? Der Hund. Oh oh. Offenes Gelände. Scheiße, Baum im Weg. Granate. Hä, wo ist der? Wo ist der? Da oben. Puh. Puh. Oh. Alter, fast down. Jetzt kommt C4 in Einsatz. Ich gehe zu dir, ich gehe zu dir. Meine Insel schwebt hier. Auch schon gemerkt. Ich weiß nur eins. Bin bei deiner Base. Aber geh keine Glück abbauen von der Base. Zack, bumm, weg. Irgendjemand hat Falschaden bekommen. Ich will fight mit dir auf dem Schlachtfeld. Okay. Dafür lege ich. Da zählen nämlich Skills. Und keine Granaten-Glücke. Lag. Oder einer hat Glück, dass es beim anderen laggt. Das ist interessant. Wieso? Da vorne hockt er. Ich glaube, ich bin im Wasser. Piss Wasser. Das gibt's doch gerade. Doch, das ist jetzt ne Schlacht. Deo. Waaah, waaah, waaatna, 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 waaatna Hinterher! Alter, voll beim Schaf in den Arsch rein. Wo bist du? Ich wette, er verschanzt sich irgendwo, dann kommt er wieder von hinten. Ja, das wird sie sehen. Alter, hier liegen ja meine Sachen. Creeper? Die Schüsse kommen von da. Hä? Wo bist du? Hm. Enderman! Ah, ich hab' nicht geschaut! Oh, da hab' ich geschaut, ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot. Alter, ich hab' gedacht, das wärst du. Kommt so ein Hesl rein, Enderman! Ich bin kemper! Hä? Hä? Alter! Kannst du hier durch Blöcke schießen? Nein, aus dem Winkel, ganz direkt ausgerechnet. Fail. Habt ihr niemals... Aussicht zu sagen, wir beenden jetzt diese Folge, und ich hoffe, es hat euch gefallen, oder? Ja. Und jetzt... Alter! Was? Der explodiert alles! Ja, weil du da bist. Äh... Buck! Buck! Jetzt sagen wir, wir beenden jetzt die Folge, und jetzt seht ihr noch alle Tode von unserem Test. Jo! Da war's... Ich glaub, wir müssen noch ein Battle machen von dem. Das können wir ja auch... Vielleicht bringen wir noch eine Folge raus. Ich glaub, weil ich weiß, nur eine Folge ist schon ein bisschen kurz. Da können wir dann, ähm, unsere Bases weiter auteinander machen, weil ich glaub, da wird's interessanter. Weil beim Test war's da auch interessanter, gell? Ja. Also das war auf jeden Fall interessanter, weil hier, Granate, Boom, immer null weg. Ja, also, ich soll sagen, tschau tschau. Yeah. Yeah. Du hast gar nicht beendet. Ich weiß. Ja. Das Abschluss... Oh, ich hab keine Muli. Eins muss ich jetzt noch machen. Boom! Was? Ich leb noch? Hm. Haben wir hier noch schöne Sachen? LOL! Egal, ich würd's sagen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bye. Paypal. Jump! Also, bis zum nächsten Mal. Ciao!